Wir starten unsere Blu-Ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche mal bei Anime Planet und diese veröffentlichen Bell in einer Ultimate Edition 4K Ultra HD plus Blu-Ray zum 21.07.2022. Limitiert ist diese Edition auf 4.444 Exemplare. Wir haben eine 4K Ultra HD am Start plus Dolby Vision, eine 4-Disc-Edition als aufklappbare hochveredelte Hardcover-Box. Dann haben wir eine Limitierungskarte dabei. Deutscher Soundtrack ist dabei, japanischer Soundtrack ist dabei, Booklets, Songtags, 5 Artcuts und so weiter. Wichtig ist hier der Hinweis, da der deutsche Soundtrack noch in der Produktion ist, wird dieser nach Release, sobald er verfügbar ist, nachgeschickt. Also nicht wundern, wenn man da diese Edition bestellt hat und dann fehlt hier der Soundtrack. Es wird auch noch ein Amazon-exklusives Steelbook dazu geben. Das erscheint aber erst im August. Hier eben diese Edition schon ab dem 21. Juli verfügbar. Machen wir weiter mit ein paar Steelbooks. Zum 25-jährigen Jubiläum von Man in Black erscheint eine 4K Ultra HD plus Blu-Ray Steelbook-Edition. Wir haben darüber mehrfach in den Vorbesteller-Tipps berichtet. Jetzt sind wir endlich soweit. Jetzt steht das Release an und zwar zum 19. Juli kann man sich diese Edition für 33,99 Euro in die Sammlung holen. Außerdem erscheint auch noch Red Sonja in einem 4K Ultra HD plus Blu-Ray Steelbook. Auch da habe ich schon ausgiebig darüber berichtet. Release ist der 21. Juli 2022. Ein richtig schönes, tolles Artwork haben wir hier am Start. Und hier unten haben wir noch weitere Informationen, dass es eben ein Artwork ist von Renato Casaro. Und hier gibt es dann auch noch die ganzen Extras aufgelistet. Ich verlinke euch das Ganze wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch da noch etwas näher einlesen. Wir machen weiter mit Live, Die, Repeat, Edge of Tomorrow. Hier erscheint das 4K Ultra HD Steelbook diese Woche. Und bei Amazon ist das Ganze leider schon ausverkauft. Ihr könnt euch das Ganze aber noch via CD importieren aus der Schweiz. Die arbeiten ja auch mit dem IOSS-System, das ich zuletzt geprüft habe bei Doctor Strange. Teil Nummer 2 funktioniert wunderbar wie bei Zavi. Keine extra Versandkosten oder Importkosten. Das übernimmt CD. Sollte trotzdem irgendwann mal was anfallen, dann soll man sich innerhalb von 5 Tagen beim Kundenservice melden. Und dann bekommt man da sein Geld zurück. Zum Film selbst habe ich nochmal ein kleines Video gemacht. Mir gefällt der Film richtig, richtig gut. Der zweite Teil ist ja in Besprechung sozusagen. Mal gucken, ob es wirklich dazu kommt. Und wenn ihr hier mehr zum Film wissen wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch mein Video selbstverständlich dazu. Weiter geht es mit Doctor Who und die Invasion der Daleks. Und hier erscheint das Steelbook. Jetzt auch endlich diese Woche restauriert in 4K Farben in Technicolor mit Peter Cushing. Der erste Doctor Who sozusagen Spielfilm. Also es gab ja zwei. Ich meine, dass ein Teil da schon bereits erschienen ist im Juni. Jetzt eben hier der zweite Film mit Peter Cushing zum 21. Juli für 37,99 Euro verfügbar. Außerdem haben wir noch Obsessed. Hier im Mediabook von der Bush Media Group. Ein koreanischer Film mal wieder. Und hier geht es auch wieder um Sex, Intrigen und Leidenschaft. Einen Offizier, der mit der Frau eines Untergebenen hier eine Affäre beginnt. Und das Ganze natürlich einen fatalen Lauf nimmt. Und ich bin sehr gespannt, was der Film zu bieten hat. Ab dem 22. Juli 2022 dann hier im Mediabook verfügbar. Dann haben wir noch Dead 7. Ja, die Boybands der 90er Jahre sind hier vereint in einen Zombie-Westernstreifen. Sozusagen Nick Carter unter anderem von den Backstreet Boys und noch weitere von NSYNC. Und so spielen hier mit. Hier haben Zombies eine Westernstadt übernommen. Und da tun sich ein paar aller glorreichen Sieben zusammen, um eben diese Untoten zu stoppen. Allerdings gibt es da eine Voodoo-Priesterin, die es geschafft hat, diese Zombies zu lenken. Und die will die Weltherrerschaft an sich reißen. Ja, Erinnerungen an Pinky und Brain, wer denn hier war. Zumindest ein cooles Cover ist hier am Start. Und hier haben wir dann noch unseren guten Nick Carter. Jo, machen wir weiter mit weiteren Meisterwerken der Filmgeschichte im Mediabook. Darüber habe ich ja berichtet über diese Mediabook-Welle zum Sommer. Es ist ja so eine Summer Wave sozusagen. Alle Mediabooks aus dieser Welle von WMM sind limitiert auf 55 Exemplare. Haben dann auch noch einen Bonusfilm mit an Bord. Und wir haben hier Aqua Slash, passt zum Sommer. Ist jetzt ein okay Film, aber keinen, den man natürlich hier für 27,99 Euro unbedingt im Mediabook braucht. Bei Amazon ist er einen Euro sogar günstiger als bei JPC. Hier sind auch noch die weiteren Filme. Dann gelistet, Attack of the Killer Donuts. Den fand ich gar nicht so verkehrt, aber auch eben keinen Film. Für mich zumindest, den ich mir für 26,92 Euro im Mediabook in die Sammlung holen muss. Dann geht es weiter mit Blood Lake. Hier fehlen die Cover, die gab es bei CD. Ich habe das ja in den Vorbestellertipps schon mal gezeigt ausführlich. Deswegen muss ich jetzt hier nicht mehr großartig drauf eingehen. Nur ein Reminder, dass diese Woche eben diese Wave erscheint. 55 Exemplare sind hier verfügbar pro Film. Und alle immer noch verfügbar und nicht ausverkauft. Ja, wen wundert's? Flight 666 haben wir dann hier noch. Dann Paintball Massaker. Dann haben wir noch Psycho Mom, die Frau von Psycho Dad. Und dann haben wir noch The Last Exorcist mit Danny Trecho. Zumindest einen C-Movie-Star hier noch mit am Start. Dann der letzte Film aus dieser Reihe ist Shark Season. Den habe ich zum Schluss hingesetzt, weil diese Woche zusätzlich noch ein weiterer Hai-Film erscheint. Wahrscheinlich auch darüber habe ich schon berichtet. Swim, schwimm um dein Leben. Mal wieder ein paar Teenies auf dem offenen Meer, die von Haien mal talentiert werden. Ja, Trailer sah jetzt nicht so vielversprechend aus. Auch die Effekte nicht unbedingt überzeugend. Das Cover tut sein Übriges. Aber vielleicht mal reinschnuppern beim Streaming für 99 Cent. Oder gar warten, bis er bei Amazon so verfügbar ist im Streaming-Angebot oder Abo sozusagen. Oder auf Netflix. Mal gucken, aber jetzt wirklich Geld für so einen Film würde ich nicht ausgeben. Dann haben wir noch Dracula. Noch so einen Film, wo ich mir gedacht habe, ach du grüne Neune, sie geben es einfach nicht auf. Hier mit Michael Ironside, zumindest in der Casting-Liste. Ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht hier einmal kurz Hallo sagt. Und das war's. Ich habe mir das Ganze bei IMDb angeschaut. Und ja, The Classic Tale As You've Never Seen. Ja, so hast du die Dracula-Geschichte definitiv noch nie gesehen. Heftig. Wir haben eine Bewertung von 2,3 von 10 Sterlern. Und ich glaube, die ist sogar noch einen Tick hoch bewertet. Aber man soll sich immer eine eigene Meinung bilden. Das kann man jetzt tun. Auf Blu-ray. Ab dem 22. Juli für 9,99 Euro. Dann haben wir noch The Resort hier. Der könnte etwas spannender sein und etwas qualitativ hochwertiger. Zumindest von der Optik her sieht das Ganze schon mal etwas besser und nicht gar so billig trashig aus, wie jetzt die anderen Filme zuvor. Da geht es um eine junge Schriftstellerin, die besessen von so übernatürlichen Sachen ist. Und da nehmen sie ein paar Freunde mit eben auf eine Insel zu diesem Resort. Denn dort soll angeblich ein Geist sein, den sie unbedingt hier fangen sehen oder irgendwas möchte. Und dann verpassen sie eben das Boot wieder zurück und sind eben diesen mysteriösen Sachen ausgeliefert. Und da kommt es dann zu der einen oder anderen, wie man hier sehen kann, bräunzlichen Situationen. Ja, so viel einmal dazu. Passend zum Sommer sieht das Cover zumindest nicht schlecht aus. Ein bisschen so was von diesem Fantasy Island und was wir zuletzt alles gesehen haben. Und naja, mal gucken. Vielleicht taugt der Film ja was. Weiter geht es mit Die Spionen. Cape Light Pictures veröffentlicht diesen Film. Zu diesem Film wird es noch eine ausführliche Filmkritik von mir geben. Und da geht es um eine junge Frau, deren Vater hier gekidnappt wird von den Nazis, Als sie sich weigert für die Nazis zu spionieren, dann lässt sie sich von den Schweden anwerben und wird so eine Art Doppelagentin, um ihren Vater hier zu retten. Näheres gibt es dann, wie gesagt, in meiner Filmkritik. Außerdem haben wir dann noch The Pink Cloud. Ja, das sieht auch recht spannend aus. Und hier taucht plötzlich so eine pinke Giftwolke auf. Und die sorgt dafür, dass die Leute nicht mehr rausgehen können, gefangen sind in ihren eigenen Wohnungen. Und so müssen die beiden hier miteinander auskommen, nachdem sie erst eine Nacht miteinander verbracht haben, einen One-Night-Stand. Und sind sich dann eben hier dieser Giftwolke ebenfalls ausgeliefert und gefangen in den eigenen vier Wänden. Der Dame, die den jungen Mann mitgenommen hat. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Arnold Schwarzenegger Collection 3x4K Ultra HDs exklusiv bei Amazon verfügbar. Wir haben Terminator 2, wir haben Red Heat und wir haben Total Recall. Bei Terminator 2 ist leider wieder nur die Kinofassung in 4K und nicht der Directors Cut, was schade ist. Das hätte man jetzt hier mal anders machen können. Aber gut, so ist es. In diesem Sinne, meine Freunde, das war's mit den Blu-ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche in der Auswahl. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald und Servus.